Hallo Karim. Hallo. Wie läuft die Woche bisher so? Gut, schönes Wetter haben wir die Woche und schön angenehm. Karin, du bist schon ziemlich lange hier. Wer aus dem Team nervt dich mittlerweile eigentlich am meisten? Boah, aus dem Team nervt mich am meisten. Ja, rosig krache ich manchmal zusammen, so gern wir uns haben, so oft krachen wir auch manchmal zusammen. Und was an Mainz hast du mittlerweile so richtig ins Herz geschlossen? Ja, ich liebe es am Rahn. Ich bin sehr gerne am Rahn mit meiner Familie unterwegs und bei den Restaurants auch hier und da. Und was für Restaurants fallen dir da so ein? Ich bin oft beim Hyatt, beim Pell Pepper unterwegs und das auch mit den Spielern. Bist du eher so der Innenstadt-Typ oder der Vorort-Typ? Zum Wohnen eher ländlicher vor Ort, aber dann, ich erlebe schon gern auch mal was. Wieso eher vor Ort? Magst du eher so das Ruhige? Ja genau, also ich habe ja auch einen kleinen Sohn mit fünf Jahren und da bin ich gerne mal bei den Weinbergen in Laubenheim bei mir zu Hause. Das ist schön. Du hast einen Tag frei. Wie verbringst du ihn typischerweise? Ja, nachdem wir nicht so oft frei haben, immer mit meiner Familie natürlich und ja, unterwegs auf jeden Fall. Bisschen random jetzt Karim, aber mein Auto braucht super dringend Winterreifen. Kannst du mir dabei helfen? Ja, das schaffe ich eigentlich noch, aber mehr geht auch nicht. Ja, frage ich natürlich auch nicht einfach so. Du hast als Bub eine Ausbildung angefangen. Erzähl mal. Ja, eine Jahresausbildung war das. Das war jetzt nicht so lang. Habe ein bisschen was gelernt. Reifen wechseln kann ich noch. Vielleicht ein bisschen Motoröl wechseln, aber... Also als Kfz-Mechatroniker? Ja genau, aber alles darüber hinaus würde ich nicht mit dem Auto von mir wegfahren. Hattest du neben dem Fußball da noch Zeit für? Ja, immer. Schraubst du an deinem Auto denn auch selbst rum? Nein, eigentlich nicht. Das überlasse ich lieber anderen, weil da fährt meine Familie auch mit. Schauen wir doch mal in deine Heimat. Du bist einen Tag in Wien. Was machst du als erstes da? Das Erste, was ich immer mache, ich fahre zu meiner Oma nach Hause und verbringe eigentlich einen Tag mit der Familie und alle kommen vorbei, um sich zu sehen. Was vermisst du denn so richtig an deiner Heimat? Ja, es gibt viele Sachen. Auf jeden Fall meine Familie als erstes. Das ist klar, ich sehe sie nicht so oft und Freunde natürlich dann, wo man sich trifft und ja. Du, wenn wir so ein bisschen den Wiener Schmäh kennenlernen wollen, welches Wort müssten wir denn daraus mitnehmen? Oh, welches Wort? Ja, bist du deppert. Okay, das müssen wir tatsächlich nicht mal übersetzen. Du warst mit der Nationalmannschaft von Österreich schon bei der Europameisterschaft. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die WM-Teilnahme, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt im März dann das Playoffspiel gegen Wales und da hoffe ich, dass wir gewinnen, weil es ist ein schlagbarer Gegner. Also hast du auch Bock auf die WM? Ja, auf jeden Fall. Erinnere dich mal so an die Zeit bei uns. Was war bisher so das beste Spiel für Mainz 05? Puh, das beste Spiel. Ich weiß nur, was ich sehr gut in Erinnerung hatte. Das war gegen Schalke, das war mein Doppelpack. Ja, gegen Schalke. Das war so das intensivste, coolste Spiel für mich. Ist das das gleiche Spiel, woran du dich auch nicht mehr ganz so gut erinnern kannst? Äh, Leipzig? Nee, Stichwort Gehirnerschütterung. Ja, ja, das war gegen Leipzig, da wo ich meine Gehirnerschütterung hatte und dann noch ein Tor gemacht habe und nicht wusste, dass ich ans geschossen habe. Ja, ja. Weißt du es, mittlerweile kannst du dich erinnern. Jetzt, mittlerweile kann ich mich erinnern, ja. Aber generell, lieber Tor vorbereiten oder lieber selber netzen? Ähm, ja natürlich, als Stürmer schießt man natürlich immer gerne das Tor selbst, aber ich finde immer, dass für die Mannschaft der gleiche Effekt ist, auch wenn ich ein Tor auflege. Deswegen habe ich auch diese Saison bis jetzt mehr Tore aufgelegt. Aber ändert sich wahrscheinlich und hoffentlich auch noch. Du bist noch nie vom Platz geflogen, Karin. Bist du eher ein ruhiger Spieler auf dem Platz oder hast du einfach Glück gehabt? Ja, ich bin schon ein intensiv spielender Spieler, sage ich jetzt mal, aber ich schaue schon, dass ich da jetzt meine Mitspieler nicht zu sehr gefährde. Und gegen Schiedsrichter ist es auch nicht so, dass du da wild auf dem Schiri losgehst? Nein, da sammle ich lieber meine Kräfte und schaue, dass ich dann wieder gut anlaufen kann. Was war denn dein fußballerisches Idol als Kind? Ähm, Terrieri und Ronaldinho. Und außer Mainz 05, welchem Team drückst du so die Daumen? Hast du da Sympathien irgendwo? Im Moment eher Liverpool. Wegen des Trainers auch? Auch. Mit welchem ehemaligen 05 Teamkollegen würdest du gerne noch einmal spielen, der jetzt nicht mehr hier ist? Junus Mali. Warum? Also ich hatte eine gute Freundschaft mit Junus und wir haben uns privat auch gut verstanden, sind oftmals was essen gegangen und würde dich schon gerne noch mal treffen und was machen miteinander. Hey cool, das war's schon. Schön, dass du bei uns warst. Danke dir Karl. Danke. 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 Danke.